hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die 18 ticket und heute habe ich das spiel geist auf heroes ich werde spiel maladen folge drei machen und ja ich habe das spiel schon heruntergeladen wie ihr seht mein eigen account habe ich wieder gefunden und habe auch die musik ausgespielt weil die musik ist da brauche ich lizenz für habe ich nicht lizenzierte musik ist dabei deswegen muss ich musik ausschalten ansonsten geht es weiter wie beim netz mal wir sind hier in grau haufen spiel was ist denn das level 1 habe ich schon ich gehe mal einfach jetzt gerade rein in kampf macht auto auto schon drin doppelte geschwindigkeit ist nicht drin es geht erst wenn ich premium bin ok schaffe ich das alleine ich würde ich das gerne machen aber nein da ich aufnehmen alles nehmen sie gut aus level beendet ok dann werde ich jetzt einmal der stadt zurückgehen schau mal schönes in dem mein kisten drin ist die ich dann bekommen habe premium ist abgelaufen habe ich eins gehabt nicht schlecht ok ok jetzt muss ich erstmal kurz gucken wir sind da hier ist so ein ausrufezeichen schauen wir mal was das zu sagen hat bei welchen das habe ich gewonnen sieht aus dem schlüsselanhänger was soll ich mit so einem schlüsselanhänger ok jetzt habe ich doch auf aufwärmung gedrückt naja holen 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 ok da ist die truhe ah hier war das wie kann ich die öffnen und da drauf oder öffnen öffnen ja dankeschön öffnen öffnen die ist besser als das was ich habe also anliegen die kette ist auch besser als meine anliegen kann ich die beim verkaufen oder die drei sachen verkaufen was ist der händler was ist der händler verkaufen wie kann ich nicht verkaufen ich habe schon verkauft warte mal 5,40 ja gut ist verkauft werbung ansehen kriegt das geschenkt vip uuuh gut aber das alles da oben ist so ein ausrufezeichen werbung werbung gucken kriegst du gold diamante nicht die musst du kaufen schon richtiges geld und da die box ansehen ist das auch werbung ja 5 werbungen ansehen krieg ich eine große box lohnt sich premium kaufen ich bin noch im anfangsgebiet was ist das ach ja hier sind die runen wenn ich nicht habe ich für Und dann habe ich noch diese, ne, ne, leider nicht, schade, das andere war auch noch eine Herzrunde, glaube ich, gewesen, ja, das war's. Das war noch das da oben links gewesen, ach dieser komische Trank, Schmiede, Schmiede, ey, warum geht der einfach raus, weil ich den Quest schon fertig habe, ich wollte gerade zur Schmiede gehen, na gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen, Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht so gut seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao.